herzlich willkommen hier bei mt cars liebe freunde jawohl wir haben ein schmuckstück an land gezogen voriges video habt ihr das auch gesehen auto gesehen auto abgeholt respekt 130 km 180 km fahren wir mit dem auto was zwei jahre stand zwei jahre stand die karre bisschen schimmel bisschen hier da es nicht ein bisschen ja es nicht gut mir ist schon ein bisschen schlecht von dem geruch m karl ist an auto läuft leider auf fünf zylinder also normale der steht auch schon sehr lange muss man gucken die so weshalb warum ja schatz eigentlich sonst fährt das ding wir haben stehen platten klar kann ich dann zwei jahre auf den gleichen platz gut dass er nicht die schönen reifen darauf gemacht hat weil sonst wären die auch kaputt ja aber erfährt wir fahren die 120 130 ich will auch nicht mehr fahren wie gesagt einzelnen da läuft hier nicht mit ich tippe mal auf die zinsspule die kaputt ist kann ja auch sein jetzt habe ich aber mal schreibt das mal in die kommentare sind diese schimmelflecken ich sage ja ja ich glaube ja tacho ist ein bisschen angeschimmelt entweder wir nehmen auseinander machen sauber oder beten dass es von alleine weg geht ja 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 freunde ihr wisst es ich kaufe auch gerne autos natürlich von den abonnenten habe ich auch letzte zeit auch mit autos gekauft finde es richtig toll die klasse mag ich auf jeden fall benzin da finde ich auch richtig schön und 320 cdi auch schon geil schatz aber kann man auch nicht mehr ganz schön 2 80er leistung ist da an dem auto ich mag so eine eklässige gemütliches auto schönes auto kann man sich sogar als daily vorstellen leider besitzt sich paar mehr autos was ist denn jetzt auch nicht so schön oder vielleicht aber sand wirft ein auge drauf war vielleicht als idee er mag es aber er kriegt ja dann ist dann die tage ich weiß es nicht es ist jetzt ein bisschen schwer soll er jetzt den vielleicht bis zum fahren ich weiß es nicht muss man mal hin ich finde den hier besser als die nissan ist schon geil aber die kann auch schon so jetzt in denen wenn das geht da bitte gut ist fahren vielleicht wenn es dann jetzt ein auge drauf geworfen hat warum nicht hat noch einen monat tüff könnten wir sogar noch anmelden oder was sagst du dazu bist du tolles märz hat das ding doch du tollest ne dinge kann man ein paar projekte machen reifendruck 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 was haben wir hier da haben wir reifen platzer vielleicht sollten wir wirklich anhalten ja lass uns bitte anhalten sicher ist sicher blöd telefon klingelt auch ja irgendwie eine ausfahrt haben wir nicht gefunden ich möchte jetzt auch irgendwie anhalten und gleich dies aber weißt du was das eventuell vielleicht auch sein kann ja bei dir stehplatten haben dass sie nicht und laufen dass er vielleicht sagt er das beschein glaube ich nicht ja aber er mich schon erschreckend beim fahren wenn das ding auf einmal so auf einmal ja aber ich merke jetzt vom auto her jetzt nichts muss ich jetzt sagen aber ich denke mal einmal blick riskieren kann auch nicht schaden nicht dass wir jetzt auf felge fahren aber wir haben natürlich glück haben wir acht sätze war dann der acht fähigen haben wir 45 alle hätten reserve da wäre jetzt wirklich nicht schlimm ich hoffe natürlich dass wir bortwerkzeug drin haben habe ich ehrlich gesagt nicht ich habe auch nicht geguckt aber zurzeit habe ich glaube aber kompressor habe ich von irgendwas habe ich da gesehen eine ahnung hat aber das nervt mich hier dieses warte ich mache ihn mal weg warte so ok also ich denke jetzt auch nichts weil du merkst doch wenn man platten hat ja das ist also ich werde platten normalerweise ich habe bei den eddie an ob er von hinten vielleicht platten merkt das wäre auch noch eine gute idee oder ich glaube nicht dass das sieht aber egal okay ich versuche das jetzt sind wir am arsch die warten auf uns die haben auch schon hier so rübergeguckt hast du das mitbekommen er bremst und jetzt an der hundertprozentig er will jetzt hier irgendwo rein ja ja der wird jetzt an so weil der war hinten in der ausfahrt ja und dann habe ich gesagt ja jetzt hätte raus weil er über alles gut okay er hat so rübergeguckt er bei uns darüber geguckt gehabt da habe ich gedacht naja aber der herr wäre schon vor uns gegangen ja aber es kann auch sein kann alles sein oder nicht ja also auf jeden fall der sehr komisch rübergeguckt ja finde ich auch wir warten ab wir warten ab oder nicht glück gehabt schatz mehr so seriös wie ich aussehe als nichts passiert alles gut ja aber ich gucke so rüber auf jeden fall er stand rechts die stand ja an der parklücke ja und dann ist er losgefahren ich denke okay warum soll er losfahren schatz er ist noch da ja er ist sofort jetzt aber der hält uns er hält uns an alter der bremst jetzt schon wieder der hält uns an ja weiß ich jetzt bitte aber wir müssen jetzt hier recht zeichnen ja ich habe doch ich glaube wir sind am arsch er bezeichnet aber nicht du zeigst er war er fährt vor uns er fährt vor uns ich weiß nicht das kann sein kann sein kann nicht sein kann beides sein lass uns überraschen weil das ist erst die ganze zeit nicht weiter gefahren genau weiß dass ich ja ja aber dann sondern nein die können uns auch gerne anhalten aber warum stehen sie halten die wohns das verstehe ich jetzt nicht hier nirgendwo zwischen kann aber der wäre doch gleich vor uns gefahren wenn uns anhalten würde ein auto davor schat ja er fährt auch unsere richtung ja wollen wir so lange dranbleiben bis das steht halt stoppt bitte folgen guck mal jetzt kann er ja nicht er muss ja warten dass er genau vor uns ja jetzt denkt er ja dass er angehalten wird also ich weiß es nicht hat hast du ein führerschein ich bin im tegas ehrlich ich bin im tegas im tegas er ist aus der parklücke direkt raus wo wir vorbeigefahren sind neben uns vorbeigefahren hat uns gut angeguckt aber ganz ehrlich hat bei so ein trekking auto würde ich auch anhalten ja aber wir haben dann noch mal schilder drauf da muss man ja auch mal überlegen wir kaufen ein auto zum überführen genau 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 wir müssen jetzt erst mal 40 kilometer naja ein theoretisch müsste es wie viel zu ihm jetzt über die wie genau vor dem der kamer aber du darfst ja versuchst jetzt natürlich ich habe jetzt nicht übergeguckt kommt heraus ich war alles gut Nö, 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 der will uns nicht. Nö, sonst hätte er das schon angehalten. Oder will er er denn haben. Ja, unser Kind Minialter wird er angehalten. Ehrlich, ey. Ja, egal, wir gucken mal. Ich bin immer noch sicher, er ist immer noch hinter uns her, Schatz. Jetzt hat er alle weggejagt. Soll er doch machen hier, oder? Wir haben nichts zu verbergen. Jupp, ich sag's doch. Ich wusste das. Jetzt kommt natürlich das Schild. Jo, da ist er doch. Bitte folgen. Bitte folge. Da ist er doch. Okay, wir folgen. Das wollten wir sehen hier. Aber 10 Minuten, wir hätten abbauen können. Naja, abbauen wohin denn, ne? Ja, egal. Aber ich hab nicht, ich glaub, das Rote Heft war ja klar, ne? Wie gesagt, ich wusste das eben. Keine Ahnung. Wir wussten das. Ja, schon lange keine Verkehrskontrolle gehabt. Wurde auch Zeit. Sanjay ruft an. Ja, geh mal ran. Mach mal an. Jo, Sanjay. Hallo? Ja, was los? Mehmet? Ja. Frank ist hier erfacht. Das Gute ist ja, telefonieren. Können Sie dich nicht erwischt haben? Nein. Ne? Freie Sprechanlage und ich halte das Telefon. Egal, wir steigen erstmal aus. Wir sind jetzt hier auch noch an der Austraut. Keine Raststätte. Wir berichten euch. Ja, ja. Bleib mal dran. Ja, warum nicht? Es ist doch nichts dabei. Sollen Sie da gucken? Papiere sind da. Ja, Papiere haben wir da. Ja, alles gut. Schilder. Ja, okay. Keine Ahnung, was Sie wollen. Ja, sollen Sie mal. Ja, okay. Das Auto hätte ich auch angehalten. Wie gesagt, ist mir zu dreckig. Wenn wir von... Jetzt sind wir erst in Pferden, ey. Pfuh, gepackt bei Schule. Aber wo würden Sie denn hinbringen jetzt, Alter? Keine Ahnung, auf irgendeinen Parkplatz, ne? Ich hoffe, ich muss die Karne nicht ausmachen. Abblendlicht. Rechts. Rechts. Dann ist das eben ausgefallen. Wie folgen Sie mir? Ja, wir folgen doch. Ja, dann muss der irgendwo auf dem Parkplatz. Ja, muss ja irgendwo anhalten. Dann kann er uns auch mal woanders anhalten können, Schatz, ja. Adam, fahr du mal lieber weiter. Adam fährt brav hinterher. Ja, er hat damit auch alt. Ja, dann kriegt sie nicht uns, sondern Adam. So, jetzt mach da mal jetzt einen Platz. Alter, wir sind jetzt schon wieder fünf Kilometer umsonst gefahren. Ehrlich, ey. Wo hat er hier einen Platz zum rumhängen? Bitte, Schatz, ich weiß es nicht. Er muss ja einen Parkplatz. Ja, Alter, ist auch ein bisschen blöd von links. Da fahren wir jetzt durch die ganze Wallachai, ja? Wallachai, was soll das, Mann? Hier, rechts rein. Ach, toll, Alter. Ja, das ist ja richtig so eine Gangster-Ecke hier. Oh, da dürfen wir nicht rein, Schatz. Nein, ich fahr weiter. Das ist verboten. Anlieger-Preis. Alter, wo machen wir sonst hier mit, ja? Keine Ahnung. Oha. Okay, hier. Oha. Jetzt. So, jetzt nehmen Sie auch Erder-Preis. Ja, die haben Erder-Mauer auseinandergenommen. Der Arm, der hat ja nichts zu tun, der Arm. Nein, der ist einfach nur mitgefahren. Ich wollte das Auto jetzt nicht ausmachen, weißt du? Nee, hast ja auch überbrückt, das Auto. Okay, wir haben ja im Notfall... Okay, er hat die Papiere... Oh, Sante. Wir melden uns gleich. Ja, Sante. Jo, Schatz, sieht alles gut aus, muss ich jetzt sagen. Die sind auch sehr nett, die überprüfen jetzt die Papiere und dann... Ja. Was soll da schieflaufen? Eigentlich gar nichts. Solange ich keinen Haftbefehl habe, ist alles gut. Aber, aber ganz ehrlich, ne? Der arme Eddie wurde auch angehalten, obwohl er noch nicht angehalten sein sollte. Ja, aber jetzt überleg mal, ne? Jetzt überprüfen die mich aber. Genau. Ja. Und jetzt bist du dran. Ja, nee, sonst wäre er auch schon, ob es genau. Aber du hast doch gesagt, Kripo war noch vorne. Die starten dahin. Ja, okay. Ja, vielleicht wegen Hilfe oder so was, wegen zwei Autos, ne? Wie, wo war Kripo jetzt? Ja, im Einfahrtssatz. Echt? Sind die angehalten, ja. Okay, die machen ihren Job, alles gut. Ne, ist auch richtig. Ja. So soll es sein. Weiter mal sehr nett und unkompliziert, oder? So, super, waren super nett, haben alles überprüft, ist doch alles okay. Haben wir auch nichts zu verbergen, alles ist legal, alles ist sinnvoll. Aber für seine Berichtschreibung war das jetzt gerade ein Minusgeschäft. Ja, aber ich finde es auch gut, dass die einen anhalten. Also ich finde es jetzt wirklich nicht, äh, Schatz. Nein, ich finde das auch nicht schlimm. Das gehört sich ja auch so, ne? Ja, weil, wenn ich jetzt sage, warum haben die mich angehalten, ja, warum haben die uns angehalten, ist schwer zu sagen. Warum? Ja. Genau. Aber mittlerweile kennen wir das. Ja, okay, aber ich werde ganz selten angehalten. In letzter Zeit, ja. Früher wurde ich oft angehalten, aber ich denke mal, Alter, die sind auch nicht blöd. Die haben immer einen Riecher, Schatz. Ja. Merkwürdigerweise, ne? Ja. Okay, aber als wir vorbeigefahren sind, ich habe die Races gesehen, ich wusste, die halten uns an. Ich wusste das auch. Ne? Ich wusste, ich habe mir das schon gedacht, die halten uns an. Ja. Ja. Weil vom Auto, klar, Auto sieht jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht so Dings aus, Schatz. Ist ja eine E-Klasse, also. Ja, aber eben halt mit dem Grün und so, ne? Ja, vielleicht, ja, hier dunkle Aare, hier kann man alles runterfallen. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, warum wir angehalten wurden, kann ich jetzt so nicht sagen, aber Rote Nummernschilder halten die auch gerne an, oder? Da darfst du ja keine Spazierfahrt machen. Nein, nein, hat er ja auch gesagt, aber wir haben ja hier auf Fahrtenbuch alles dabei, wie sich das gehört. Und, und vor allen Dingen, die können ja auch sehen. Hier wieder rauf, ne, links. Ne, Hannover wollen wir nicht. Natürlich, ne, Hamburg. Nein, 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 nein. So. Ja, die sehen natürlich, das Ding ist, du darfst mit Rote Nummernschilder nicht dumm spazieren fahren, das ist ganz wichtig, oder? Bis daher, alles ist gut. Läuft. Super, Schatz. Wo ist es? Wieso schickt er mich jetzt schon wieder? Warte mal eben. Wieso, Autobahn wieder rauf? Ja. Wo ist die Autobahnauffahrt? Oder wären wir wieder hier zurück? Wo ist die Autobahnauffahrt? Hier ist die Autobahnauffahrt, aber hier steht nicht welche. Richtung, Alter. Sicher. Aber wird die wohl sein. Die sind hier auch runtergefahren. Hier war doch keine Schilder. Ja. Aber das muss sie sein. Alles gut, oder? Oder? Sieht hier auch runtergefahren. Sieht gut aus hier, ne? Ja, ja, das ist die. Ja, wieder hier abblenden. Rechts ist kaputt. Wie denn, Alter, kann doch nicht sein. Hat doch alles gut funktioniert eben. Ja, passiert, ne? Okay, ja, war ja easy going. Dann heißt das so. Wieder eine Verkehrskontrolle hinter uns. Auf jeden Fall. Okay, weiter geht es jetzt so, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind heile angekommen. Super, freut mich auch. Ja, kein Parkplatz. Das ist jetzt auch so eine Sache hier. Kein Plan. Muss man nochmal durchgucken. Ja, schauen wir mal, was hier angekommen ist alles. Ja, der E500, Jan fährt damit. Er ist richtig glücklich damit. Ja, bisschen voll. Leider wieder. Ich habe hier meinen Parkplatzkampf immer wieder, immer wieder. Ich brauche mehr Parkplätze. Ich brauche mehr Parkplätze. Der Hof ist richtig voll, Freunde. So, Friends. Was machen wir? Was machen wir? Wir gehen jetzt erstmal rein. Gucken mal, wie ich hier überhaupt jede Leute rausfahren können, ja? Ist schon schlimm, ne? Findet ihr nicht? Ja, 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 ja. Was schön ist hier reingekommen. Hier, Lukas, Alter, was hast du hier geschnappt? Ey, was ist das? Ein kleiner 728 oder was? 57i. Was war's? 57i. Du weißt, wie viel Leistung der hat? 326. Wai, 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 wai. Und, merkst du die? Die gehen ab. Ne, ich möchte den Bahnrecht einmal fahren. Ja. Guck ich mal, was ist ein Unterschied zwischen 728 und 7. Ist nicht viel. Ja, für das Ding, 750er ist schon natürlich eine brutale Karre, Freunde. Muss man jetzt sagen. Ja, Motor, wir gehen da nochmal weit, sehen uns mal den Motor an. Ja, aber ein bisschen Arbeit braucht die Karre, denke ich mal, ne? Ich seh schon hier. Ja, ja, Fenster ist schon abgeklebt, seh ich oben. Ja, ja, ja. Ja, ja, hier mal ein bisschen rostig. Ja, ist so, ist so. Dann muss er durch. Keine Chance. Was soll dazu hier? E-Klasse? 63er Front. Oh, 63er Front. Das ist kein ARD-Paket, habe ich ja gesagt. Aber 63er Front, auch gut. Die Felgen sind Winterreifen. Aber die sind schön. AMG. Die sind geil einfach. Oh, die würde ich lieber auf meinen machen als auf dem. Ne? Schöne Felgen, oder nicht? AMG-Felgen. Sind das 19 oder? 18 Zoll. Schönes Ding, ne? 280er. Wo sind die anderen? Hey, brutale Optik, oder? Aber soll ich euch jetzt... 20 Zoll. Aber soll ich euch jetzt erzählen, was jetzt passiert? Alter. Wartet mal, wo diese Felgen drauf kommen. Auf den? Auf den? Nee. Ich will die mal raufstecken, Alter. Meinst du, die sehen gut aus drauf? Nein. Ne? Weißt du, warum 20 Zoll? Also, ist schon ein bisschen groß. Ich fahr doch 20. Nee, stimmt. Wir fahren 20. Ich dachte, wir fahren 20. Wir fahren 20. Also, die Idee ist, Freunde, dass ich die hier mal raufprobiere. Ich weiß nicht. Die sind jetzt auch schön, muss ich jetzt sagen. Aber vielleicht ist es mal... Ja, warum nicht? Oder nicht? Die sind auch geil. Natürlich sehen die gut aus. Aber die sind ja mal richtig oldschool, die Dinger, ne? So. So. Polizeikontrolle überstanden. Heil angekommen in der Firma. Auto noch nicht durchgecheckt. Einfach mal hingeparkt. Heute gehe ich los in die Firma. Wollen wir mal gucken, was die Karte hat. Wir bieten natürlich... Das ist hier die Kette, ne? Ihr kennt den Motor. Kette, Kette. Motorenzimmer hat gerade, glaube ich, vor zwei Tagen den gleichen Motor... Schatz, hat er rausgebracht, genau, mit der Kette. Wir hoffen das natürlich nicht. Ein geiles Auto. Felgen sind auch geil. Mal gucken, was wir darauf machen. Also, liebe Freunde, seid mal gespannt, was mit der E-Klasse passiert. Ich habe Bock auf die Karre. Ich feiere das Auto auf jeden Fall. Also, die Felgen ändere ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, dass wir das Auto mal technisch flott kriegen. Und wenn er natürlich aber flott ist und TÜV und sowas alles neu hat, dann kann er auch mal an einen guten Abonnenten oder... Ja, ne? In gute Hände vielleicht gehen. Wir können es leider nicht gebrauchen, weil Jan fährt den E500. Sam will den Nissan, seinen Nissan nächste Woche anmelden. Wir haben die rote S-Klasse. Du hast da ein Mini. Ich habe noch den W140. Die kleinen Mini-Roten haben wir auch noch da. Dann haben wir noch die Lupo. Also, das reicht. Wir können nicht alles fahren, oder? Nein. Also, liebe Friends, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken nicht vergessen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Und einmal mal meinen Shop mal auch mal einmal gucken. Hoodies, Duftbäume, Parfüms und, und, und. Würde mich mal freuen, wenn ihr da mal ein bisschen supportet. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Bye-bye. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. 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 Tschüss.